Spannender Inferno, FlexQ Au! Au! Und wir sind wieder seit dem letzten Boost Camp so hart gedroppt, dass wir wieder mit Kutscher zusammenspielen können Danke Leute, danke I appreciate it War der einzige Plan Genau, ihr erinnert euch vielleicht, er wurde ich glaube Gold 4 oder so geplaced Nach der FlexQ Und ja, wir haben uns gedacht, jetzt wo der Cup vorbei ist, oder gerade... Er ist natürlich vorbei, kommen wir jetzt hier Playoffs und Finals Aber für uns erstmal spielerisch ist er in Pause bis zum nächsten Split Da zockt man jetzt einfach ein bisschen FlexQ LOL Ich drücke ja nicht mal mehr was Ich drücke nichts Er macht das automatisch Echt? Yo, ich drücke keine Taste Was macht er denn? Das ist nicht, das ist wenn ihr nebeneinander steht und einer danst, oder nicht? LOL Ich hab schon so, 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 so... Hey, du hast über 50 Rakan Games, du wusstest das nicht? Rakan Mail? Ne, jetzt drück ich nichts Kutscher, sag mal, weißt du dass du... Es gibt Prioritäten, Max Weißt du dass du den Weg canceln kannst? Ja, danke Okay Mit Teleport Okay Welche Lane hat Pressure? Achso, ja, wir wollen so ein bisschen tryharden Aber wir zocken halt, worauf wir Bock haben So ist es Wir wollen schon climb, aber halt nicht ultra-hard Du kannst botlane easy ganken Botlane ist easy gankbar, ich hab so krassen Engage Du kannst eigentlich überall ganken Ach, Kevin, der ist Master, der braucht sowas nicht Ja, der wollte aber dann Alter, ich bin, ich bin am Fallen, mein Junge Der Standard Xayah Skin sieht echt viel besser aus Ja, oder? Ohne Skit sieht gut aus Die Federn, die Federn sehen mega nice aus, oder? Ich weiß gar nicht, wie der, ich weiß gar nicht, wie der Skin aussieht von Xayah, ey Und Rakan Skin ist einfach nur Kopf leuchtet Nö, schon ganz anders, aber ich bin dann auch cooler So 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 Ich hatte zwei Mick Ah Alles In Eure Nacht Faust Spie impost Was hast du gemacht hast? Der hat einfach alles an diesem Satz falsch Geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal rauf Geh? Ja, lauf einfach auf sie drauf Okay, Kevin, I'm coming Ah, der hat noch nicht gewordet, der hat noch nicht gewordet Sieht ja relativ strong aus, oder? Der Sola hat noch nicht so viel Erfahrung über Xyla Nee, ich hab noch nicht einmal Xyla Ich geh mal auf Max-Range und dann läufst du einfach auf sie drauf so blind, als ob du AFK bist Weil du aus 20.000 Meter angeflogen kommst Das ist ja ziemlich insane sogar Okay, ich bin da Lauf mal rauf, lauf mal rauf Ja, ich bin cool dann Ja, ich auch Jetzt, jetzt, jetzt Ja, zwei Sekunden, ja, okay Mitlein können wir auch was machen, weil das will Oh, da geht's schon ab An den Bottle Nee, das ist halt das einzige, was du mit dieser Kurve machen kannst Aber das ist ziemlich stark Ja, aber wenn die Leute irgendwann mal rein, wie das funktioniert Dann Wir müssen ja noch Max-Range rein, ne? Ja Äh, Jungs, falls ihr dieses Video schaut und gegen uns spielt Ähm, die Taktik ist inzwischen nicht mehr aktuell Und wir werden sie nicht anmelden Lauf, 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 lauf Die Taktik ist inzwischen nicht mehr aktuell Oh, hier ist Warwick Eieiei Gut, das ist natürlich, äh Miss, 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 hier Aber sie ist fast tot Oh, wow, ja, okay Oh, der wird die Plons jetzt triggern Und meinen Ward killen wahrscheinlich, der Warwick Ist der wieder hochgelaufen? Ja, ja, der ist jetzt schon Topside, Topside, Topside Topside, ja Wer denn für den geht? Geh mal Wer denn für den geht? Ah, shit, die ist in der Falle, der kann ich nicht überläschen Ist auch aus Bushmen, oder? Ihr habt ja keine Bush-Presher gerade Keine Bush-Presher 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 Hm Komm mal vor Vor allem einfach sechs unerfolgreiche Midlane-Gangs Warwick könnte die Top kommen, ne? Ja, aber der hat nur noch einen Blue Nice Oh, geben wir's durch Keine Arbeit Haha, geben wir's durch No Was findest du, was hast du bisher so auf Xayah Mainz, also Q-Max oder E-Max? Ich hab auch Max wohl hier Blade, Hurricane Blade, Hurricane Ihr pusht halt die ganze Zeit rein, oder? Ja, wir werfen jetzt einen Hardpush Ist ein Ward ausgeleuchtet, ich denke, die haben mich keine Vision Ja, das Hardpush und dann resets den Blade Das ist Chantal, Max wohl eh mit Blade und Hurricane Mit Blade, ich glaube auch, dass Blade mit der beste Ich glaube, Crit ist einfach nicht zeitgemäß so Zeitgemäß? Haben wir wieder Zeitgemäß? Ja, ist halt so, wenn du Crit baust, das ist halt dumm Okay Nein, das wird hier reinborden Statement ist gesetzt Oh, was hat er dich gecancelt? Das war insane Ich muss bald Recon-Katzen mitkommen, mit mir einfach durchpushen Ja Nein Not gonna happen Die Arie wird in der Wave Level 6, also müssen wir ein bisschen aufpassen Okay Aber wir können die vorher noch ganken Ist die ganze Zeit hier frühst du schon ziemlich kacke eigentlich Wir müssen das einfach Hardpushen irgendwie Ja, das ist ein Hardpush in der Base, ja Okay Der hat jetzt Level 6, aber vielleicht kriegen wir sofort die Old Mal hier hin Okay Raus, 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 raus Eine Zucker-Mechanics da mit dem W und Q und allem Danke dir, Kevin Schön Aber ohne Kevin, äh ohne Äh, ohne... Äh, Katze, ich bin gut durchpushen Ah, sorry, ja, sorry Wisst ihr bei der Wave, woran man einen guten List hin erkennt? Woran? Wenn er wardjumpt, dass er nicht seinen zweiten W aktiviert und die Energie wastet Ja gut Kostet ihr zweite W-Bolt-Energy? Ja Bist du sicher? Ja Bist du wirklich sicher? Äh, miss 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 Ja Warwick, Mitte der Level 4, keine Buffs Krap Er hat Red Buff gestartet, also ist Red Buff von ihm bald auch wieder am Start Das sieht man auch an dem Symbol, würde ich jetzt mal behaupten Ja, stimmt Der ist immer noch miss, ja? Boah, ich glaube, wenn man Blade-First-Bot, dann ist Q-Max fast besser, weil E-Max sich wirklich nur lohnt, wenn du Crypt-Boss, ne? Also, ich glaube Blade-First-Bot hat das mal ausgerechnet E-Max, weil Q-Buggy war am Anfang Ja, ich glaube Ja, kostet Energie Alle Fähigkeiten kostet mal reaktivieren Energie Ich glaube, Blade-First-Bot hat das mal ausgerechnet, ab 4 Federn macht ein E-Max mehr Damage als Q-Max Ah, Blade ist ja auch dein Platin 1, gut Da kann einer keine Rolle Weil die Platin 1 sind, können nicht überleiden Äh, me So Mit Level 6 ist es übrigens Free Gangs Max, ich kann die einfach super easy engagen dann Ja, ich hab TP auch einen 30, also guten TP Warden, oder? Kann das sein? Ja, die Ultis halt echt das Beste an ihm Sieht aber so hochiert Ja, was, was mach ich denn? Ich hab den, also bisher kenne ich den nur so vom 2.0 Also, ich mach die an, dann kriege ich movement speed rund 50% Und alle Leute, die ich berühre, die werden gecharmed für 1 Sekunde Und ich krieg ein bisschen movement speed buff, weil ich den ersten charme Und das geht auf 1,5 Sekunden hoch Okay Das ist ganz schön sexy Aber das sieht doch sexy aus Mal wieder vor Na ja, easy Keine Ahnung wo Warwick ist Keine Ahnung was passiert hat irgendwo Und ich ward wieder ab, geh ich mal ein bisschen deep in Blubock Ja was, er stoppt, er stoppt, er stoppt Er ulti Er hat ge-ghosted Hat ge-ghosted Kann ich da was holen? Wurde keine 7 aus mehr Super low Ja, das läuft ja, kutsch die nachher du Hat die Ult raus Sorry, ich muss schon tauschen Warwick vielleicht schon mit Der macht vielleicht einen Red buff, der Warwick Okay Na, der ist da Warte, hat er, hat er Wischen? Kickst du einfach Oh sweet Dann kick ihn weg Und jawollah Das ist Ulti, ich kann Ult flashen Oh, sweet Delay Ja, so Komm her, Rakan Ja, warte, ich brauch noch ein bisschen Towerfusche Hat der Warwick irgendwas benutzt, Ulti oder so? Ah, warte, kurz Ne Wie viele Sekunden vorher geht das mit dem Backpods? Kann man das auch infight machen? Ja Das ist nice Bis zum Ende des Recoils Du kannst auch im Busch den Recoil anfangen Und dann der eine fightet und läuft dann im Busch und Recoil als Escape Oder für jeden Gang, so einfach Wenn du keine Vision hast, steht der Rakan einfach in dem Busch und vor sich die ganze Zeit bei SEO Das wäre da, ist keine Ulti-Dattic Wenn du möchtest, sind die Ferien jetzt überbereit Ja Ja Mach mal Ja, okay, macht keinen Spaß Was denn? Ja, alleine, lol Wenn der, wenn der hier mit der Ulti zurückkommt ohne Johnny, was denn los war, bist du in 2 CS behind Kann ich mir auch nicht erklären Kann ich mir auch nicht erklären Eieiei, ich geh jetzt weg und dann komm ich Botlane Aber Warwick geht grad Richtung Bot Eigentlich fehlt mir ein bisschen was, äh ja Ich weiß nicht, also passt auf Bottom Bottom in der Mitte von hier irgendwie Okay, wollen wir einfach drauf rennen oder soll ich da rüber mit der Pflanze? Geh mit der Pflanze rüber Hallo? Aber Hallo Hallo Dann Schau Scheiße Ich hab dich.. Ari move dies Ah ich komm Der geht nicht mehr Oh, nice Minion-Block. Ich glaube, die versucht durchzudeifen. Ich bin zu low, leider. Ja, dann kommt die jetzt wieder. Ist ja echt noch viel chilliger mit Rakan, du kannst ja einfach in der letzten Sekunde hin dashen. Mega nice! Ihr könnt ja jetzt Drachen machen, glaube ich. Ich geh mal hin. Ok, ich muss bitte basen, ohne du kommst. Ja, Ari ist auch ziemlich slow, ich glaube, die können auch spielen. Ja, ich könnte kommen, ich wette zum Zeitpunkt gehen. Ich kann auch kommen, ich kann auch kommen. Ich kann auch kommen. Ihr habt noch holen. Hier ist Wovic. Hier hat Cover gemacht. Ari kann move'n. Wisst ihr, äh, Echo? Da ist Base. Warum? Bei Wovic da ist. Er hat schon wieder zurückgeholt hier, der Typ. Der Cure hat keinen Range in die Karte. Ja, okay, jetzt komm ich. Ja, aber ich kann ult mehr. Der Cure hat einfach keinen Range in die Karte. Ich hab einfach nur so, einfach nur das Ziel. Kannst ja hier einen Watch stellen. Jo. Ja, ich denk mal, hier wird Recon. Kannst ja einmal reinlaufen, gucken. Das ist ja okay. Kannst ja mal pushen einmal. Kannst ja einmal inshürfen. Nice. Ja, hab ich. Ja, ich würd mitlein reinpushen. Langweilig. Ja, dann mach doch mal was da unten. Ja, wir dürfen nur noch. Machen wir doch schon. Ja, wow. Ist das ein Gender? Ja, das ist ein Gender. Ja, das ist ein Gender. Wollen wir was machen? Ja, ich komm, ich komm. Oh, der Warwick. Oh, der Gender. Scheiße. Der hat mein Schild einfach... Boah, der hat mal close, ey. Aber lass einfach dann auf Gender gehen, die hält ja noch weniger aus. Was denkt sie, wer sie ist? Warwick vielleicht unterwegs nach Bottom, aber ohne Ult. Ja, ohne Ult. Also, relativ safe. Und ich glaub, er hat geghostet, ne? Oder war das nur sein Weh? Das ist immer so schwer zu sehen. Ach, Stream-Kutcher schon wieder? Das ist nur am Schweif, wenn da dieser Ghost-Schweif ist. Doch, ich hab ihn verstanden, fand ihn aber nicht lustig. Ja, ich hab nicht mal was gehört, wat? Er hat gesagt Stream-Kutcher schon wieder, weil jemand geschrieben wird. Oh, hat mich gecancelt. Da ist China Ultros. Das ist halt auch so bad an dem Champ, du kannst von allem so easy gecancelt werden. Ich glaub, da war was. Oder ich hab Halluzinationen, aber... Ich versuch mal, seinen Bloobuff zu machen. Bisschen bitte einfach holen. Fleisch, Bloobuff, Bloobuff? Ja, Bloobuff wäre super. Oh, der tickt. Ich komme... Hey, ich hab echt's gedrückt. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Why? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Why? Die ist offen, wenn ich mal... Ich hab ja diese scheiß Mastery da, dass der halt, wenn der mich angreift... Der war so... 40... 35... 20... Weißt du, wir müssen einfach... Unsere ganze Combo dreimal treffen, um überhaupt Devils zu machen. Ich komm botlane, ich komm botlane. Und sie einmal EQ. Oh, jetzt kommt der hinter Blood Gank. Ah! Oh! Ja! Ah! Ah! Komm, tu es! Nein! Tu es! Oh Mann! Ihr Kackschild! Äh, miss miss miss. Ah, der ist schon Metalor. Hier, der ist... Die haben gelangspoppt, glaub ich. Okay. Arya hat keine Ulti. Da hätt' ich gar nicht Q und brauchen, ne. Elko auch nicht. Der kommt immer mit Ulti auf die Lanes zurück. So, ne, das hat er hier nicht gemacht. Ja, ich krieg... Da oben dann hier. Ja, der kommt jetzt hoch. Der kommt jetzt hoch. Oryx ist wahrscheinlich an dem Red. Der ist hier. Können wir mal, gucken wir ihn alle. Die Autos sind nicht so smooth an, Alter. Ich kann Moodle, ja. Champions für sich... Beide so smooth an. Noch eine Moodle vielleicht. Die ominöse Licks der Rade. Ja, hier ist halt dieser. Ja, ich bin ein bisschen... Oh no. Auf allgehen. Aber hat keine Moodle, so. Oh man. Oh man. Ich find's für Dive geht. Genau. Dann fahre ich nochmal ran. Ich hätt nach vorne flaschen sollen, dass ich mein Autos deck machen kann. Ich kann halt hier rüber flaschen. Ja, wir kann nicht diven. Da ist auch noch ein Koffensaufwand. Ich glaub, Jenna ist gleich wieder da. Aber wir können den diven. Oh, ich hätte probier's ja. Okay. Ich bin gleich da. Wow. Radikal. War ja Ari, oder? Ja, war ja. Ja, war ja. What the fuck. Nice. Das war nett. Das war nett. Ach, war nett. Ach, war nett. Ach, war du ein bisschen doof? Ach, war das da bei euch, Alter? Was passiert? Ich wollt's nur mit reinpushen. Hey, ich hab Mitte. Ich hab Stranger. Guck sie. Toll. Push doch mal mit dir. Was sagst? Ja, wir haben oben zwei gekillt, kleine Made. Ja, nice Ausrede. Ja, gut. Der Eliminator. Guck mal, wie er mich haben will. Oh, unlucky. Oh, unlucky. Gut, stimmt. Da war natürlich meine Rechnung. Oh shit. Da hab ich meine Rechnung natürlich ohne den Ward, der dich vorher gespottet hat, gemacht. Das war natürlich dann ja. Oh, unlucky. Oh. Unünstig. Ja, ich bleib mit Johnny dafür auf jeden Fall. Eigentlich richtig lustig, wenn sie auf Range mehr machen würde, ja. Welche Ult? Von Caitlyn. Wenn sie am Anfang, also nicht quasi ein Flat Damage macht. Eigentlich wär's voll sinnvoll, weil Sniper so war. Ja, deswegen. Weil Sniper auf Range auch mehr Schaden machen, wir kennen's nicht. Ne, weil Sniper sich ja auf Range mehr... Der sollte vielleicht Bonus Gold kriegen oder so. Der Spiel, die hat schon mehr Ehre so, weißt du? Man kriegt ja als Sniper mehr Reputation, wenn man jemand auf Range geht. Ja, aber soll's dann nicht weniger Schaden machen, weil's auf Range weniger verteilt ist? Ja, warte mal. Da hast du recht. Wir denken ja jetzt hier nicht logisch. Sondern... Ja? Oh, die sind nicht mal Free Raider, was? Oh! Wahrscheinlich nicht. Das Phänomen Flexgen zu spielen, alleine ist auch so ne Sache. Wer macht das alter? Wer spielt alleine? Ich glaube, da sind viele Freunde. Leut! Leut! Jungs? Ja, 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 ja. Wir müssen in den Drain Lauli decken. Ja. Nichts auch, ich würde ja jetzt einfach in die Ari rein. Ok, da kommt die Anlage wahrscheinlich mal da mitklenklich. Ach du so da? Ahri kommt zu euch Oh meinst du da ist böse im Bruch? Ich hab keinen Tower mehr ne? Ja ich kann kaum, aber du seid wahrscheinlich tot oder? Jo Das wird hier nichts mehr Da sind äh Eventuell ein paar böse Buben auf der Wattlane Oh shit! Oh fuck, hier komm ich nicht raus Oh Gott Fuck Hey das war komplett misplayed Egal, Kevin macht das Kevin macht das Reist die wie Also das ist ja unser Gameplan Wir machen einfach nur alles um Kevin ins Game zu bringen Wow Ohne uns wäre Kevin niemals so gut im Spiel Das darf man ja nicht vergessen Bisher spiele ich einfach nur wie ein Stück Scheiße Aber eigentlich bin ich also Also eigentlich ist es gut Von meiner Seite aus legendäre Plays Haben wir schon wieder hier ne Montage mit ausschneiden Okay, wir können dich schon in den Pölt Kann man machen Geil Was war das denn jetzt? Hä, was? Ich wollte schon viermal gechased und dann Ja, hm Hast du das irgendwo auch? Hast du da irgendwelchen Bereich dafür? Hast du da irgendwelchen Bereich dafür? Hat Ari old? Hat Ari old? Ich glaube nicht Lüge doch nicht Komm Kutschi Glaubst du die private Aufnahme Wo du vorher nicht um Erlaubnis gefragt hast Kannst du vor Gericht verändern Schlecht sie auch Glaubst du das selber nicht Kevin hat das Game Ich hab den Kill So ist das Aber nie Entschuldigung Kutscha Ich hab wohl Leben Ich möchte auch bisschen Anerkennung haben Johnny, wer ist mit Blue? Ja ich komm Okay Übel geil wenn er vorher nicht stirbt Ja Oh mein Freund Geil Boah Alter Kevin Ey Kutscha macht er ernst Wir haben's gesehen Es reicht mir jetzt hier Oh du bist ja mutig Alter Oh Gott Oh Gott Er kann nicht sterben Er kann nicht sterben Von Redbuff kannst du ihn nicht mehr kriegen Bleib mal hier Sola Hä aber Ist das jetzt ne Mastery von mir Oder was war denn das Dass der so Ihm musst du ihn eigentlich Der Auto trackt haben Damit er stirbt Der hat er auch Achso Also jetzt hat er Warte ist das nochmal von mir Er kommt vielleicht mit da Komm mal runter Max Komm mal runter Ja ich hab nicht auf dem Schirm was das ist Brauch ich mit da Ist dein Ist dein Hier wer ist Da In deinem Mann Jungle Item Das Jungle Item ist das Ich schick einfach niemanden auf sich Ich brauche das ja nie Ich brauche das ja nie Ich spiele immer Jungle World Ich brauche es Oh lol Und geht wieder Party Kannst du da hin tippen vielleicht Ja ich tippen Alter der One Komm ich komm ich komm her Vorhin bin ich auch die ganze Zeit gefährt währenddessen Ich konnte nichts machen Komplett dumm Oh 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 Da fühlt sich die Katelyn auf jeden Fall fair behandelt an der Stelle Oh 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 Alter Sion ist in der Lethalty-Meter rausgekommen wäre, die wäre bestimmt richtig OP gewesen. Richtig schade, ey. Richtig schade. So Raker? Ja, Raker. Wer spielt das? Ich will... Ich will nicht mehr reden. Ich hab keine Ahnung, ich glaub er hat einen Tumor im Kopf oder so, ey. Okay. Atme süß durch. Da kämen wir hin, ey. Richtig Spaß. Sag mal, wenn Fjord fett ist, ey, es hat richtig geil. Das ist so ein dummer, Cem, ey. Richtig Spaß. Von wem? Nee, ich komm doch nicht, sorry. Warum nicht? Ihr könnt doch nicht so jemanden. Ja, ich bin Rockneider. Ich bin ein bisschen out of position, wenn du da stirbst. Hey, jetzt hör mal auf zu flamen. Nee, ich sag ja noch. Kevin, du kannst mit denen nicht so reden, die sind low elo, die verstehen das nicht. Okay. Ich glaub ich mit dem Akkord hab ich mehr elo als du. Nee, ich bin der mit 250 Punkte. Ich glaub ich hab noch den 60 Punkte. Shit. Okay, dann redet mit Johnny nicht so, der ist low elo. Alles unter der mit 249 Punkte ist für mich nicht akzeptabel. Wow. Mano. Ich bleib bei Kevin so, das bringt nichts. Ey, der macht nichts. Ich hab 3.000 Gold fast. Ja, ich hab nichts von bekommen. Ja, wie können wir die 2G vorn? Die haben halt doch einfach so, ohne Sinn entschieden. So, unsere Lane existiert jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch 4 Mann. Oh, das ist nicht getroffen. So, völlig random. Wir verlieren ihren Base. Okay, Jungs, jetzt tryharten wir mal, Alter. Ich krieg's nicht gecharmed, Alter. Oh, oh, oh. Kevin, Flasher oben, ich komme. Bin ich auf jeden Fall fair, wie viel Damage du kriegst? Oh, Mann ey, ich hab was verkackt, Alter. 1 Proc. Nice, nice. Ey, ich hatte 3.000 Gold. Fantastisch gespielt. Wow, ich ist ja richtig geil. Okay, so Jungs, jetzt tryharten wir wieder. Der geht auf full Damage. Der geht full Damage. Der geht full Damage. Wir gehen jetzt. Das ist ein Ninja Tavi. Der hat halt nicht geholfen. Ja, aber es ist ja alles Damage-Items. Die Ninja Tavis. Die guten Alten Damage Ninja Tavis. Ja, guten Ninja Tavis. Mein Gott, das sind Schuhe. Ja, das hab ich mir auch mal gesagt früher. Ich hab keinen Schaden mehr gemacht da. Let us fly. Er sagt, let us fly. Ich verstehe mal, let us fly. Ich verstehe mal, let us fly. Ich kann kommen. Keine Ahnung, was ich sag. Ich verstehe mal, let us fly. Ich hab wahrscheinlich let us fly. Okay, okay, okay. Und das könnte auch so hin. Zug her. Ich fühl mich übrigens richtig useful. Ja, du, das hast ja mit Team-Fanisipation. Max, du warst doch super. Amax. Amax. Einfach in der Sahne-Performance wieder. Oh. Oh, es soll noch mal leid. Guck mal, dem Echo geht's nicht an. Oh, jetzt geht's ab, ey. Oh, ey. Komm es ran, bitte. Komm, jetzt mach mal nen Insec. Jetzt mach mal nen Trick. Oh, ja? Jetzt Flash-Kick? Alter, was ist mit dir los? Oh, der Feuer komplett entpuscht. Wo steht denn dein Geflascht? Hier. Die Jure, warte. Komm mal, jetzt raus. Frischfleisch, Kevin. Nehm ich. Der überlegt sich, geht's uns zu kurz? Ja, doch nicht. Immer doch nicht. Oh. Ey, das war nicht schlecht bei euch. Das war echt gar nicht so schlecht. Ja! Das ist ein richtiges Wort! Echt cool! Wollen wir Baron angehen oder was? Jo, lass nacken. Kehrt keinen Flash. Ich komm, ich komm bitte. Ich komm, ich komm, komm. Der macht ja echt viel damage, muss ich sagen. Ja, vor allem. Ah! Jetzt hat er aber auch nen Def-Item so. Jetzt ist ja okay. Komm, Baron, komm, Baron. Dann kann Kevin mit 1500 True-Damage. Wir wollen nicht Baron machen? Ja, ich brauch noch 2 Mieten. Das sind wichtig. So lang. Ich hab dich beide verpasst. Wenn die kommen, dann killen wir die. Okay. Okay. Oh, ich hab kein gewisses Gefühl dabei. Wow, was war das? Wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Max, ich vertrau dir. Ah, das ist mit Q. Ist halt easy. Ja, warte. Halt mich gleich ab. Halt mich gleich ab. Sehr schön. Wir sind bei 420. Wo war der zweite Shot? Ey, wir können nicht. Oh, Leute. Wir können nicht hier auf viele andere. Wir können nicht hier auf viele andere. Wir können nicht traisen. Ich mach raus. Ich hab jetzt weiß, ich hab noch mal neu. Oh, shit. 10.000 Traps. Oh! Die Arme. Oh, Leute. Oh, Leute. Ha, 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 ha. Gästen neckt. Na, weißt du lasst den? Oh, Leute. Die Champs sieht ganz schön spaßig aus von Zola. Die macht übel wirklich, ey. Whatever. Gestell vor, jetzt könnte er dann auch noch spielen, Alter. Oho, 3-4. Alter, was ist denn mit Johnny los, ey? Da ist so ein Ducksack. Äh. Also, ich weiß nicht von jemandem, der seine Lades so hart im 1v1 verloren hat, lass ich mir gar nichts sagen. Na gut, er hat halt jemanden, der durch die Lades carried Zola. Ja. Das stimmt. Äh. Gleich. Hau rein, Alter. Warte, bei der nächste Weif, bei der nächste Weif, bei der nächste Weif, bei der nächste Weif. Ach, klar. Warte. Du hast aber nicht zu viel drüber nachdenken, Max. Das läuft ganz von alleine. Bei der nächste Weif, bei der nächste Weif, okay? Ja, was ist denn das hier? Jetzt, äh, Ulti ist raus von ihm. Äh, schade. Echo? Ja. Da geh ich mich vor. Flong das alle. Raus, 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 please. Wow. Es ist eine Kack-Position hier. Alle mit die Pflanze. Oh, so, da bleibt. Oh, LPG? LPG ist das Mowick im Arsch. Komm zu mir. Verpiss mich. Ende. Ah. Ich habe ein schlechtes Gefühl an der Sache, Kutcher. Okay, ich komm zu euch. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das wäre fair. Okay, klick gut. Ich bin da, Jungs. Oh, Leute, daneben. Komm her zu mir, Max. Ich kann nicht heilen. Oh. Oh. Das hat ja gut funktioniert. Alter, ihr kämpft da gegen Warwick. Ich mach Triple. Ja, warte mal. Oh, Mann. Er macht Triple. Egal, es war gut. Aber der Insect war doch wieder on point. War das gut? War halt leider der Warwick. Aber ich habe ja gesagt, wenn der den klärt, dann haben wir... Ja, man muss das auch einfach machen, Max. Ja, man muss einfach mal durchziehen. Ja, so ist es. Ja. Da können die ganzen Twitch-Chat-Challenger auch mal wieder rumflemen. Aber das läuft bei dir jetzt mittlerweile. Nee, wenn du wolltest keiner ansprechen, lasst euch nicht runterkriegen. Auch nicht von... Runterkriegen. Haut die Insects im Bronzer raus, ey. Und wenn ich reden könnte, egal. Ist egal. Jungs, der macht es vor, der ist trotzdem da mit 2,50 Punkte. Danke. Obwohl er nicht reden kann. Aber da ist ja eine andere Mächte im Spiel. Genau. Tau. Wahrscheinlich Wille und Herz. Pay-for-Link in der Beschreibung. Tau-Boosting ist halt echt legendär. Der ist sogar besser als Kevin-Boosting, ey. Hab ich gehört. Wie besser. Ist halt AD-Carry-Main, ne? Ist halt AD-Carry-Main. Ja, aber gut. Auch Top-Lane-Carry der auch hat mit Timo, no joke. Timo ist halt 8. Was soll ich sagen? Nöööö. Was soll ich nicht sagen? Es ist halt Fura. Oh Mann, ey. Alter, komm her, ich will dich charm, du Ficker. Oh fuck, ich hab dich charm. Ey, 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 ey. Ich kann da rein-tippieren. Ich tippier da actually rein hinten. Ey, Jungs. Ne, mach das 1v2 da. Oh, what the fuck, hier war irgendwas. Hier war Warwick. Habt ihr alle. Feuert. Also mit 3 Items du dich mal charm, dann doch schon etwas netter. Komm, wir pushen bitte. Oder? Ey, ich muss Place machen, sorry. Alter. Wir cutten die ab. Ah. Ey. Wow. Oh mein. Meiner, meiner, meiner. No. Gott sei Dank, ey. Finde ich echt scheiße von euch, dass ihr den Captain nichts machen lasst. Kann doch, der wieder Insect. Ihr finisht doch gerade. Ne, ich wollte Place machen. Alter, ich finde den Bild so lustig auch viel. Alright, ey. Schönen T into Blade. Jetzt höre ich versuchen. Wäre jetzt auch lustig, wenn man die Tür beklicken könnte. Komm, komm da. Die ist wieder am Leben, die ist wieder am Leben. Da ist Insect für dich. Free Insect. Ja. 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 Oh, ja. Oh, der war sogar gut, Alter. Der war sogar wirklich gut. Holy shit. Oh, motherfucking. Oh, fucking Insect, Alter. GG. Drei Plays waren dabei. Darf auch mal drei Gs an der Stelle. Drei Gs an der Stelle. Max, lad dich das Video hoch, oder einfach nur die drei Plays? Oh, oder Witz? Das ist besser für mich. So, das war eine weitere Folge. Flexiu. Spannendferno. Tschüss. Out. Rein.